So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Gegner. Naja, einem neuen alten Gegner, sagen wir es mal so. Wir treffen auf Alexander. Alexandra, den Superwaffen-General. Und der Superwaffen-General kann eine Sache gut. Mit Superwaffen-Spanern. Das kann sie wirklich sehr, sehr gut. Wir machen es mal so. Zack, zack, wir machen es mal so. Ähm... Wir machen es mal so. Fünf Arbeiter müssten reichen. Mal ein bisschen schneller. Wir können ja ein bisschen schneller machen, ne? So. Eklig wird dieser Bunker da sein. Ne? Also, das wird wahrscheinlich das ekligste sein an ihr. So, dann haben wir hier wahrscheinlich so eine... Irgendwo gibt es hier noch so einen Pass. Glaube ich. Müsste. Irgendwo müsste hier so ein Pass sein. Wo sie später dann rüberlaufen kann. Mir war so. Okay. Machen wir hier die Einheiten schneller. So. Überall... Überall Geld nehmen wir mit. So. So. Dann nehmen wir die Strukturen. Mit den Strukturen können wir nämlich dafür sorgen, dass wir nicht mehr einzunehmen sind. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. So. Der Kollege kann dann da oben bleiben. Die sammeln weiter fleißig. Ich glaube, dass sie später auch Hinterhalte bringt. Was ich natürlich nicht so geil finde. Aber es ist nur gefährliches Halbwissen. So. Ganz gefährliches Halbwissen. So. Wir versuchen unsere ersten Einheiten zu produzieren. Bisher kommt noch nicht viel. So. Das Ding wird heavy. Die Atlas-Kanone. Die beiden Sachen müssen wir einnehmen. Auf jeden Fall. Brauchen wir mal das. Brauchen wir mal das. So. Solange die nicht entdeckt werden, ist alles gut. Ja. Kann ich hier irgendwie die Nimm bauen? Nee, kann ich nicht. Okay, belastend. Dann eben nicht. So. Das funktioniert nach Plan. So. Jetzt frage ich mich, ob der das vielleicht einnehmen kann. Stärk. Stark. So. Ist das jetzt normal? Ja, das ist normal. Die normale Geschwindigkeit, ne? Okay. Zug. So. So. Okay. So. So. Das Auto ist natürlich jetzt belastend So, das haben wir So, ihr bleibt da stehen, so jetzt die Frage, wer kann es einnehmen, okay Na dann, mach mal Okay, das haben wir geklärt, stark Okay, er nimmt es ein, stark So Bis jetzt läuft wirklich alles nach Plan So Bisher läuft alles nach Plan So 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 Gehen wir langsam auf die Wärme, Generalwahl. Belastend. 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 Komm. Du geh da hin. Warum greift sie mich eigentlich nicht an? Vielleicht sollten wir diesen Krieg vertragen, damit sie nicht so abgelenkt sind. Das ist kein Problem, oder? Du musst hier mal in deinem Bad sein. Ball falsch, oder was? Oh, sie in any corner, oder? So, der baut da. Also bisher läuft alles wie am Schnürchen und alles sehr ruhig. Das ist auch schön. Okay. Die Musik ändert sich. Greift sie jetzt vielleicht an? Wer weiß, wer weiß. Was? Mann. Ich brauche... ... 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 Gut, okay, die haben trotzdem wieder Angst im Griff. Ja, okay, das Problem von der Anlasskanone habt ihr jetzt gesehen. Gut. Alex, bitte. Ja, okay, danke. so ihr macht euch alle unsichtbar ich hätte jetzt eigentlich gerne euch mit denen werde ich jetzt einfach straight reinfahren kostet was es wolle ich werde Skorpion raus scheißen wie sonst was Mhmmm Er hat ne verdammt hohe Reichweite Belastend, aber hey, er greift seinen eigenen Türme an, von daher Was soll's Und die wird nur um Teufel komm raus zünden, das verspreche ich dir Die wird nämlich gar nicht zünden Was passiert hier oben? Na dann gönnt euch mal Oh never Oh never Oh never Schafft ihr es? Nein, ihr schafft es nicht, okay. Ist aber auch gar nicht schlimm, dass ihr es nicht schafft. Damit habe ich schon fast gerechnet. Ihr lenkt das Feuer auf euch. Danke. Natürlich ist da jetzt keiner mehr. Wo mache ich das eigentlich so? Achso, deshalb. Ich bin durcheinander. So, drei von euch. So, sehr gut. Haben wir das auch geklärt. Und wir können Fähigkeiten verwenden, ausschütten. Okay. Ist hier jetzt noch was? Nicht, ne? Aber jetzt eigentlich gehe ich da alles durch. Okay. War es das, was verheerend ist für mich? Bin mir nicht sicher. Ich kann das bauen, also mache ich das. Ich würde gerne, dass der Kollege mehr nach hinten geht. Danke. Nimm mal ein. Nimm das mal ein. Und dann läuft das. So, das Kompionsspam wird folgen. Das wird sehr ehrenlos. Ich werde die Skorpione, ich scheiße die jetzt so raus. Das ist unfassbar. Die Fähigkeit, dass wir halt jetzt Strom haben, ist unfassbar. Wir scheißen die Einheiten nur so raus. Guck mal, wie schnell das geht. Das ist unfassbar. Wir dürfen kein Strom haben. Wir bauen alles schneller. Klingt zwar lächerlich, wenn ich sage, wir scheißen es nur so raus, aber wir scheißen es wirklich halt nur so raus, ne? Schön. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. So, wir scheißen die Flugzeuge jetzt da nur so raus. So. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Suicide ist immer die Antwort Seid es mal Flugzeuge, bringen uns den Sieg So So, du darfst zurück Und ihr dürft jetzt Viel Spaß So, rein in die Basis Jungs, rein Rein in die Basis Macht sie fertig Sehr schön Rein, 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 rein Oh nein Geht mal hier rein Ich bin sehr eng Oh, stimmt Wir müssen hier Wir müssen hier Jetzt haben wir Oh nein Oh nein, wir müssen hier Wir müssen hier Wir müssen hier Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Befeuer. Wir haben einen guten Verlust. Gute Arbeit, General. so könntest du bitte den hier zerstören nein geht natürlich nicht bezieht euch bitte zurück wir warten auf sie dabei was machen So Okay, da ist anscheinend schon direkt was hochgegangen Wissen Sie wieder die Arbeit, die ich in diesem Stützbrunnen gesteckt habe? Nö, so Sie wissen nicht, was Sie erwarten, Stütz Jawohl, das wollte ich heute nur seine STI kaputt machen, hiermit Stark Okay, sehr gut, das fällt mir ein Ich kann doch schon längst Oder nicht So, mit mal Wir haben nicht Gangstufe 5 Nicht, ne, schade Jetzt hätte ich gesagt, okay, Abfahrt, aber na, okay Bomben in LKWs bringen uns den Sieg So Schauen wir uns auch mal vor Was passiert da? Dass ich das mache, hat einen ganz einfachen Sinn Ich brauche mehr Platz In meiner Basis Geh du mal vor Gut gemacht, Jungs Jetzt Wir sind sehr verfügbar. Unsere Partikel-Kanone ist bereit. Wir haben einen Kupfer. Geht ganz schön schön aus, die Scheiße. Wir haben einen Krieger verloren. Okay, das baut halt nicht nochmal auf. Besser ist. Okay. Und ist er runter. Wir haben einen Krieger verloren. Wir haben einen Krieger verloren. Wir haben einen Krieger verloren. Wir sind in der Kupfer. Das war's für heute. Dieses Scheiße hält so viel aus. Das ist nicht witzig, wirklich So viele Flugzeuge So viele Selbstmordflugzeuge Nächste Runde, wuhu Und nächste Runde, wuhu So, wir haben es aber schon fast Dass dieses Ding so viel aussät, ne, das ist Unverschämt Also wirklich richtig unverschämt So, nächste Runde Hui Das freut mich Bam Bam Alle Mann drauf So Wo können wir jetzt kaputt machen? Ups, hab ich mal drückt Natürlich Du lösch So So Das ist doch ein Problem, oder? Und Sie wollen in der Tat sein? Wir haben einen Krieger verloren Erwarten Sie nicht, dass ich Sie zum T einlade Sie haben, weil sie sich mit einem Bis zum Tun Ich weiß Ihnen Ist Dez Sie 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 das ist so gut funktioniert habe ich jetzt nicht mitgerechnet ja gut dann sparen wir ihn jetzt halt mit bomb trucks vorher auch gar kein ding das ist so gut funktioniert hätte ich echt nicht gedacht also wirklich nicht stark okay nice damit haben wir seine technologie geklaut ladies and gentlemen und ja 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 so ich glaube wir haben ihn jetzt ich glaube wir haben ihn jetzt so und das war wichtig ich glaube das war der Gamechanger jetzt war Störungen seiner Kommandozentrale ich glaube das war es jetzt Wollen Sie mich müden beim Zeitraum vom Schwachbildler äh gehen wir da hin Splitterbombenbester so wo krachen wir das drauf machen wir hier hin wenn er keinen Strom mehr hat ist er im Arsch schade kommt er durch? ja er kommt durch nice stark mhm 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 aktiviere Partikelkanone so machen wir jetzt die Drächer weg gut haben wir das auch geklärt und das ist auch zerstört stark Skorpionovsk Skorpionovsk mhm 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 so wir haben ein bisschen Chaos gestiftet mhm 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 Hättet ihr die Güte und würdet bitte? Danke So, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn jetzt haben, zack Sok 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 Sok